Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee. Ein lustiges Stück für die ganze Familie. Mit viel Fantasie und jede Menge Überraschungen. Zum Beispiel dem Zirkuspferd Nico Caballo, das sich vorstellt und bekannt macht mit Onkel Ringelhut und seinem Neffen Konrad. Sie macht allerlei Unfug. Doch es hilft nichts. Konrad muss seinen Aufsatz über die Südsee schreiben. Deswegen machen sie sich auf den Weg nach der Südsee. Konrad ist guter Dinge und hofft, dass er seinen Aufsatz fertig bekommt. Denn schließlich helfen ihm sein Onkel und das Pferd. Dabei treffen sie Kaiser Karl den Großen in seiner Burg. Sie machen allerlei Unfug in der Versuchsstation des Schlaraffenlandes. Und am Ende erreichen sie die Südsee, in der es auch viele spannende Dinge zu erleben gibt. Deswegen seid dabei, wenn es heißt, der 35. Mai Konrad reitet in die Südsee. Bei uns auf der Freilichbühne in Lohne am 25. Mai ab 16 Uhr.